Was liest die da? Kurzgeschichten für Zwischendurch Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten Genrefrei und authentisch Gelesen von Silke Siegel Fasching im Münchner Lehel 1976-77 von Gisela Welsenbach Ich denke, die meisten jungen Mädchen würden gerne einmal Prinzessin sein, selbst wenn es keine echte ist. Ich gehörte auch zu diesen jungen Mädels. Deshalb habe ich mich so gefreut, als ich diese tatsächlich mal in einer Faschingsaison darstellen sollte. Und nicht nur irgendeine Prinzessin, sondern Prinzessin Elisabeth in Bayern, die Sissi. Das wäre mir in meinen schönsten Träumen nie eingefallen. Ich sah und sehe mir heute noch so gerne die Sissi-Filme mit Rumi Schneider an, zu denen ich, seit ich sie zum ersten Mal mit zwölf Jahren im Kino gesehen habe, einen besonderen Bezug habe. Da wurde mein Prinzessin-Traum noch konkreter. Ich versank damals wie heute in die schönen Bilder, die herrlichen Kleider, die Schlösser und nicht zuletzt die so schön dargestellte Liebesgeschichte zwischen Sissi und Kaiser Franz Josef. Was zählte da schon die Realität? In meiner Sissi-Welt wurde ich allerdings mit König Ludwig II. verbandelt. Er hatte viel übrig für seine Cousine Elisabeth und fühlte sich mit ihr Seelen verwandt. Und in Ermangelung einer Ehefrau, die man hätte benennen können, kam man auf Sissi. Und so begann meine Zeit als Prinzessin Sissi für eine Faschingssaison lang in meinem Lehel. Es gab in der Oettingenstraße viele Jahre lang eine Wirtschaft mit Namen Paradiesgarten. Im Jahr 1976 übernahm ein neuer Wirt das Lokal und es stellte sich heraus, dass er ein Jahr zuvor der Faschingsprinz von Schwabing war. Er wollte im Lehel 1976-77 eine Faschingssaison aufziehen, zusammen mit dem Verein mit Namen 111er Ritterzunft, der damals im Lehel aktiv war. Dieser Verein wollte eine Person als König Ludwig II. aufstellen. Da der König bei seinen Auftritten auch tanzen sollte, brauchte er eine Partnerin. Und so plante man, ihm eine Prinzessin zur Seite zu stellen. So machte man sich auf die Suche. Wie kam ich nun zu der Ehre, die Prinzessin Sissi darstellen zu dürfen? Meine Eltern kannten den Paradiesgarten noch unter dem alten Wirt. Nachdem sie hörten, dass das Lokal ein neuer Wirt übernommen hatte, waren sie neugierig und wollten natürlich ausprobieren, wie das Lokal mit dem neuen Wirt läuft. Dieser unterhielt sich mit meinen Eltern und er erzählte von seinen Faschingsplänen. Und so erfuhr er im Verlaufe dieses Gesprächs von mir und er wollte mich kennenlernen. Damals war ich 19 Jahre alt. Meine Eltern erzählten es mir und ich war natürlich gleich Feuer und Flamme. Beim nächsten Besuch in der Wirtschaft war ich mit dabei und wurde dem ehemaligen Faschingsprinz von Schwabing vorgestellt. Im Verlauf der Unterhaltung fragte er mich, ob ich nicht jemanden wüsste, der für die Person des König Ludwig II. in Frage käme. Zu der Zeit war ich oft in der Tanzschule Richter, wo ich meinen späteren Mann Herbert, alias dann König Ludwig, kennenlernte. Und ich schlug ihn also vor. Als ich ihn vorstellte, war die Begeisterung groß. Denn erstens war er fast so groß und stattlich, 1,91 m, wie einst König Ludwig 1,95 m und Herbert hatte auch so eine ähnliche Frisur. Nur keine schwarzen Haare und kein Bart. Den hat er sich dann wachsen lassen. Und er war wirklich ein prächtiger König Ludwig. Alles an ihm war original. Nichts musste noch zusätzlich hingeklebt werden. Vor allem als er dann sein Kostüm bekam und einen Umhang mit roter Schleppe sah er wirklich beinahe echt aus. Als wir in große Festsäle, zum Beispiel Löwenbräukeller oder Salvatorekeller, einzogen, standen die Leute im Saal auf. So eindrucksvoll wirkte er. Mir wurde ein wunderschönes Kleid in gelb und schön bestickt nach Sissiart auf den Leib geschneidert. Darunter trug ich noch eine kurze Fransenhose. Damit konnte ich einen modernen Tanz hinlegen. Wir hatten extra eine Choreografin, die mit uns vier Tänzer einstudierte. Unter anderem ein Menuet mit unserem Hofstaat, drei junge Männer und vier junge Frauen. Wir alle waren befreundet von der Tanzschule her und auch teilweise von früher. Unter anderem war auch meine Freundin Katrin, meine Hofdame. An Tänzen gab es natürlich den Kaiserwalzer, einen modernen Tanz und noch eine Mischung aus Rock'n'Roll und einen Boogie. Das Menuet und der Kaiserwalzer wurde selbstverständlich im kompletten Outfit getanzt. An der Ausstattung mussten wir uns nicht finanziell beteiligen, hätten wir uns auch gar nicht leisten können. Vorstellung und Intronisation als Prinzenpaar Im November wurden wir der Öffentlichkeit vorgestellt. Unsere Kostüme wurden in einer damals vorhandenen Boutique in der Oettingenstraße ausgestellt, welche einer Freundin meiner Mutter gehörte. Herbert trug zur Vorstellung einen Trachtenanzug und ich ein langes, zweiteiliges, grünes Trachtenkleid aussamt. Eine Blasmusik, eine Tanzgruppe und das Giesinger Fasching-Prinzenpaar bereicherten die Vorstellung. Es fand im Freien statt und die Polizei sperrte einen Teil der Straße ab. Abends wurde richtig gefeiert und der damals berühmte Geiger Nipso Brandner spielte mit seiner Band und heizte uns allen mächtig ein. Sogar die Lampen, die von der Decke herunterhingen, wackelten hin und her. Es war ein toller Abend mit viel Musik und Tanz. Auch Franzi Kienert-Eder verschönerte den Abend. Sie ist ein Münchner Original und stand viele Jahre auf der Bühne im Platzl in München. Sie bereicherte unseren Abend mit ihren Jodlern und den Kuhglocken, die sie großartig spielte. Im Januar 1977 war die sogenannte Intronisation, zu der ich auch meinen damaligen Chef Ernst Maria Lang, damals unter anderem auch Karikaturist bei der Süddeutschen Zeitung, eingeladen habe, der es sich nicht nehmen ließ, mit seiner Frau der Einladung zu folgen. Er wurde dann von der 111er Ritterzunft zum Ritter geschlagen und ich hängte ihm einen Orden um. Natürlich waren an diesem Abend auch meine Eltern, ein Teil unserer Verwandtschaft und Freunde mit dabei. Bei der Intronisation stand die Mutti neben mir mit dem Krönchen, das ich dann aufgesetzt bekam. Diese vermalledeite Froschprinzessin Krone, welche mich noch ärgerte. Besser gesagt, mit Haarnadeln wurde sie irgendwie festgemacht. Und Vati wurde ebenfalls zum Ritter geschlagen. Ihnen hat diese ganze Sache richtig Spaß gemacht. Freilich war das auch nichts Alltägliches, sondern schon mal was Besonderes. Es hat sich sogar bei unserer Vorstellung und zur Intronisation auch Bernd Lindenthaler in das Lehel verirrt, einen Journalist der Abendzeitung. So waren wir auch mal in der Münchner AZ vertreten. An diesem Abend war unter anderem auch eine Person dabei, die man zu den Originalen der 60er und 70er Jahre im Lehel zählen konnte. Neben dem Paradiesgarten gab es ein Blumengeschäft, welches dem schwulen Joe gehörte. So wurde er in unserem Umkreis genannt, wenn von ihm die Rede war. Schwul zu sein war ja zu dieser Zeit noch recht anrüchig und mit der Toleranz diesbezüglich war es nicht weit her. Für uns zählte das aber nicht. Meine Eltern und ich hatten Joe gerne, denn er war ein sehr netter Mensch. Und alle, die ihn gut kannten, mochten ihn auch. Wenn ich in seinen Blumenladen kam, um eben Blumen zu kaufen, ratschten wir immer eine ganze Weile über alles Mögliche. Er hat mir auch mal Fotos gezeigt, wo er als Frau verkleidet war für die Münchner Faschingsveranstaltung. Die Herren Damen lassen bitten. Er sah aus wie Margot Werner. Wirklich toll. Einmal sind meine Eltern mit Joe in ein entsprechendes Szene-Lokal gegangen. Joe hatte vorher meine Eltern gefragt, ob sie mitkommen wollten. Alle dort Anwesenden waren ausgesprochen höflich. Allerdings kam sich meine Mutter als einzige Frau in diesem Lokal schon etwas komisch vor. Dann kam auch, was kommen musste. Sie musste mal auf Toilette. Vergeblich sah sie sich nach einer Damen-Toilette um. Gab ja keine, klar. Aber man macht das halt automatisch. Joe und mein Vater haben sie dann begleitet und vor der Tür gewartet, bis sie wieder rauskamen. Jedenfalls fanden meine Eltern es interessant, mit dabei zu sein. Und Joe hat sich gefreut. Es blieb aber eine einmalige Aktion. Sonst hat man sich ja ohnehin ab und zu in der Stammkneipe gesehen. Bei unserer Vorstellung schenkte er mir den schönsten Blumenstrauß, den ich bislang in meinem Leben bekommen habe. Es waren 50 Stück rote Baccarat-Rosen, circa einen Meter lang. Diese Rosen waren traumhaft und sie hielten mehr als drei Wochen. Somit avancierte der gute, schwule Joe zu meinem Rosenkavalier, denn damit hat er sich bei mir ein Denkmal gesetzt, weil ich dies nie vergessen werde. Unsere Auftritte Am Anfang der Faschingssaison traten wir immer zusammen mit dem Prinzenpaar von Giesing samt deren Hofstaat auf, mit denen wir uns sehr gut verstanden hatten. Leider gab es wohl zwischen den Funktionären Streitigkeiten und so waren wir danach alleine. Die Auftritte waren sehr unterschiedlich, mal recht eindrucksvoll bei den großen Bällen oder eher sehr bescheiden in kleinen Kneipen. Aber die Leute haben sich gefreut. Einmal mussten wir uns in der Küche zwischen Kartoffelsalat und gebratenen Würstchen umziehen. Und von dem fettigen Geruch und zu wenig frische Luft in der verrauchten Kneipe ist mir schlecht geworden. Außerdem saß ja auch das Mieder immer eng. Und mit diesem flauen Gefühl im Magen musste ich dann auch auftreten. Die ganze Zeit hatte ich die Befürchtung, mich übergeben zu müssen. Es bedurfte meiner ganzen Selbstbeherrschung, es nicht dazu kommen zu lassen. Na, das wäre vielleicht was gewesen, sich vor allen Leuten in eine Fontäne zu verwandeln. Diese Vorstellung hat meine Selbstbeherrschung noch gestärkt. Draußen in der frischen Luft ging es mir glücklicherweise bald wieder besser. Interessant war der Auftritt in der damaligen Nobeldisco von Tommy Hörbiger. Dort waren wir alle als Vampire verkleidet und bevor wir auftraten, wurde die Disco komplett ins Dunkel getaucht. Der Raum wurde mit nur einem Scheinwerfer erhellt und wir standen plötzlich im Licht. Wir waren also beim Tanz der Vampire. Zum Glück waren diese, wie im gleichnamigen Film, nicht hinter uns her, um uns zu beißen. Hui! Es gab noch einen kleinen pikanten Vorfall. Bevor wir in dieser Disco auftraten, musste ich mich noch umziehen. Ich befand mich in einem Raum, wo einstweilen unsere Sachen geparkt waren. In diesem Raum war auch ein Waschbecken. Während ich also knienderweise in meinen Sachen kramte, weil ich etwas suchte, ich war noch nicht umgezogen, kam ein Typ rein, der wohl zum Personal gehörte. Nahm ich jedenfalls an, weil er einfach so reinschneite, ohne vorher anzuklopfen. Er hantierte am Waschbecken über meinem Kopf hinweg, aber ich war so beschäftigt, dass ich nicht aufschaute und nicht mitbekam, was ich abspielte. Herbert kam zum Glück rein und sah, dass der Typ seelenruhig über meinem Kopf hinweg in das Waschbecken pinkelte. Weiß der Kuckuck, wieso er nicht einfach aufs Klo ging? Er verkrümelte sich dann auch ganz schnell und Herbert erzählte es mir später. Mei, bin ich froh, dass ich das überhaupt nicht gemerkt habe. Es folgte eine Einladung beim Spöckmeier zum Weißwurst essen. Natürlich mit vollem Ornat. Auch auf dem Viktualienmarkt waren wir präsent, zusammen mit dem Nahalla-Prinzenpaar. Wir traten im Bürgerkeller auf, der im Jahr 1979 zugunsten von Neubauten abgerissen wurde. Es war wirklich ein schöner Abend. Leider habe ich an diesen Auftritt auch eine schlechte Erinnerung. Mir wurde nämlich mein nagelneuer, ins Auge fallender, schöner Wintermantel geklaut, den ich erst kurz vorher zu Weihnachten von meinen Eltern geschenkt bekommen habe. Blöderweise habe ich ihn nicht an der Garderobe abgegeben, sondern da aufgehängt, wo wir uns umgezogen haben. Ich hätte mich echt in den Hintern beißen können. Mein Vertrauen in andere bekam einen ordentlichen Knacks. Und nicht nur das. Ich musste mir auch noch einen Ersatz-Wintermantel kaufen, den ich brauchte, und meine Mittel waren eher knapp. Der Auftritt im Löwenbräukeller war toll. Wir waren noch mit den Giesingern zusammen und mit deren Garde boten wir ein sehr ansehnliches Bild. Herbert und ich tanzten den Kaiserwalzer. Ich trug zu der Zeit noch dieses goldfarbene Krönchen, wie die Prinzessin beim Froschkönig, und das blöde Ding war in meinen Haaren nicht richtig befestigt. Es wackelte bei jeder Bewegung und bei jeder Drehung, die ich machen musste. Herbert kam damit immer in Berührung. Da verlor ich die Geduld. Während des Tanzens riss ich also das Krönchen von meinen Haaren und warf es mit vollem Schwung in die Zuschauermenge, wo es aufgefangen wurde. Beinahe wie bei einem Brautstrauß. Alle waren ziemlich perplex und wir bekamen besonders viel Applaus, weil ihnen das so gefallen hat. Ich bekam dann vom sogenannten Botschafter von Kanada, der bei unserer Faschingsgesellschaft in dieser Funktion dabei war, ein hübsches Diadem geschenkt. Leider keine echten Diamanten. Dieses konnte ich gut befestigen und es verrutschte keinen Zentimeter. Außerdem sah es sehr viel hübscher aus und hat mir wesentlich besser gefallen als diese Froschprinzessin Krone. Ich erhielt noch lange weiße Handschuhe und so sah ich als Sissy beinahe perfekt aus, wenn ich noch die entsprechende Perücke gehabt hätte. Leider gab es keiner und es wäre auch für die Tänze, die wir vorführen mussten, viel zu hinderlich gewesen. Also mussten meine echten Haare genügen. Immerhin hatte ich die gleiche Haarfarbe wie einst Sissy, nämlich Kastanienbraun. Als das Faschingspaar der speziellen Art fielen wir in der Reihe der anderen Faschingspaare auf. Wir gefielen und wurden auch das ein oder andere Mal angeschwärmt. Natürlich Herbert von der Damenwelt. Einige aus der Herrenwelt wollten mich gerne näher kennenlernen. Aber Herbert passte sehr auf mich auf, dass mir ja niemand allzu nahe kam. Zu der Zeit waren wir ja schon zusammen. Einmal hat es einer probiert und wollte mir ein wenig mehr als nur einen Handkuss verabreichen. Da kam der Herbert aber gerade recht. Er packte den armen Kerl beim Kragen und schubste ihn ziemlich unsanft weg. Ich selbst passte vorsichtshalber auch auf, dass so etwas nicht noch einmal vorkam. Einmal fuhren wir an den Tegernsee nach Rottach-Egern. Im damals noch existierenden Nightclub vom Hotel Bachmeier durften wir ebenfalls auftreten und das war schon aufregend. Vorher waren wir schon einmal dort und durften bei dem Auftritt von Bill Haley dabei sein. Das war echt klasse. Ein Highlight war der Ball im Deutschen Theater. Dort trafen sich sämtliche Prinzenpaare, circa 25 oder 30 Paare von München, Stadt und Land. Der damalige Oberbürgermeister Georg Kronerwitter war an diesem besonderen Abend präsent und ich hatte die Ehre, ihm einen Orden umhängen zu dürfen, nebst Bussi natürlich. Er hat uns sogar noch extra vorgestellt, weil wir eben nicht unbedingt das übliche Prinzenpaar darstellten. Und König Ludwig beeindruckte anscheinend doch sehr. Es gibt wohl noch viele Königstreue in Bayern. Wir konnten nach dem offiziellen Teil noch bleiben, was bei den großen Bällen nicht immer möglich war, weil wir schon wieder woanders auftreten mussten. Ich schlüpfte in mein Abendkleid und Herbert in seinen Anzug und wir tanzten zu den Klängen von Hugo Strasser und seinem Orchester. Diese großen Bälle waren immer voll bis auf den letzten Platz und es war, je nach Thema, festlich oder faschingsmäßig festlich geschmückt. Während dieser ganzen Faschingsaison nannte mich mein Umfeld Sissi, außer meiner Familie und Freunde. Ehrlich gesagt gefiel mir das ganz gut und fast gewöhnte ich mich daran. Es hat einfach Spaß gemacht. Am Ende der Faschingszeit, die damals ziemlich lange dauerte, hatte ich so abgenommen, dass der Rock und das Mieder ziemlich weit geworden ist. So viel Spaß das Ganze auch gemacht hat, war ich doch froh, dass Schluss war. Schließlich musste sowohl Herbert als auch ich noch in die Arbeit gehen und auf Dauer war das schon anstrengend. Nur die letzten Faschingstage haben wir freigenommen. Denn da waren wir beinahe pausenlos im Einsatz. Wir hatten am Schluss auch eine ganze Sammlung von Faschingsorden, die wir von diversen Faschingsvereinen umgehängt bekamen. Da waren einige recht schöne darunter. Zum Beispiel hat Herbert einen ganz tollen Orden von den dammischen Rittern bekommen. Mich hat das etwas martialische Outfit der Ritter irgendwie fasziniert. Mit ihnen zusammen standen wir zum Beispiel im Löwenbräukeller auf der Bühne. Die ganze Zeit über hat uns unser junger Hoffotograf Hilmar Jönke, der das Handwerk beruflich ausübte, begleitet und fleißig Bilder geschossen. Mit allen möglichen Leuten wurden wir fotografiert und hatten die ein oder andere Fotosession. Auch bei unserer Hochzeit und den Modeschauen, wo ich für die Boutique der Freundin meiner Mutter und mit deren Tochter im Lehel, wie zum Beispiel im Hilton Hotel am Tivoli Mode vorführte, war er unser Fotograf. Heutzutage hat er ein Fotostudio hier in München. Wir waren schon ein bisserl stolz darauf, dass wir das einzige Prinzenpaar waren bzw. König Ludwig II. und Sissi, die den Stadtteil Lehel je repräsentieren durften. Es gab das vor uns nicht und nachher auch nicht mehr. Der damalige Paradiesgarten wurde circa ein Jahr nach dem Fasching 1977 und Wechsel der Würzleute zum Kanzleirat. So hieß er viele Jahre lang. Und seit Jahren heißt das Lokal Leib und Seele und wir sind heute noch gerne dort Gäste. Auch wenn mich danach das bürgerliche Leben nach dieser Zeit wieder eingeholt hatte. Einmal eine Prinzessin sein zu dürfen und tatsächlich auch so hofiert zu werden, habe ich wirklich genossen. Das werde ich nie vergessen. Und mein König Ludwig II., der mir nicht allzu lange danach einen Heiratsantrag machte, auch nicht. In der Realität führte er mich zwar nicht in ein Märchenschloss, sondern in ein Apartment, in die Pfälzer Waldstraße, welches er bereits seit einigen Jahren bewohnte. Aber dafür war es angefüllt mit Liebe. Das war Fasching im Münchner Lehel 1976-77 von Gisela Welsenbach Vielen Dank, dass ihr euch diese Kurzgeschichte angehört habt. Wenn ihr selbst Kurzgeschichten schreibt oder jemanden kennt, der Kurzgeschichten schreibt oder mal von jemandem gehört habt, der Kurzgeschichten schreibt und ihr sie hier hören wollt, das ist euer Zuhause. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestieda.de Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel